Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal und ich möchte euch Orléans Invasions vorstellen und um das machen zu können muss ich euch auch das normale Orléans zeigen, nämlich Invasions ist eine Erweiterung, die das Grundspiel von Rainer Stockhausen durch die Arbeit von Inka und Markus Brandt auch kooperativ macht. Also ihr braucht beides das schon mal vorweg. Ich habe das Spiel zuletzt in meiner Hall of Fame aufgenommen und da war ein großes Feedback darum, da schleiche ich schon länger drum und kannst du uns das mal vorstellen, wie das genau ist, war auch lange Zeit nicht so verfügbar und das möchte ich hiermit gerne nachholen, denn es ist eines meiner Lieblingsspiele, sonst wäre es nicht in der Hall of Fame und es ist ein ganz besonderes Spiel, bei dem ich sagen muss, vor allem kooperativ gibt es eigentlich nichts vergleichbares. Zumindest nichts, was ich kenne und vielleicht irre ich mich und jemand von euch kennt ein Spiel, was total ähnlich ist, dann gerne da mit in die Kommentare. Ich finde es ziemlich einzigartig und spiele es bis zum heutigen Tag sehr gerne, spiele es aber trotzdem viel zu selten. Und eine Sache, die ich hier schon gemerkt habe, die soll ich wirklich nicht abschrecken. Also geht wirklich hinten rein in die Stärken und Schwächen, wenn ihr jetzt euch die ganzen Regeln nicht antun wollt. Ist ja jedem selbst überlassen, dafür habe ich ja die Zeitstempel. Aber der Aufbau, der ist immer wieder echt eine ganz schöne Herausforderung. Das darf man wirklich nie unterschätzen. Also das braucht schon ein bisschen Zeit, ist alles ganz klar, wo alles hinkommt, aber da müsst ihr Zeit investieren. Das ist auf jeden Fall eine Schwäche, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber das Spiel lohnt sich und es lohnt sich wirklich in diesen Aufbau hineinzugehen. Wie gehen wir vor? Ich zeige euch erstmal, wie das normale Orléans sich spielt, also auch wie das normale Orléans, also kompetitiv aufgebaut wird. Es gibt Solo-Szenarien dann auch, ich glaube bei Invasions, ich glaube im Grundspiel sind keine Solo-Szenarien drin, aber kann sein, dass ich mich da irre. Und ja, in der kooperativen Variante dann logischerweise kooperativ und Solo. Die Solo-Sachen fand ich damals auch sehr cool. Also so 2017, 2018 und so, wo ich mir das geholt habe, habe ich das auch recht viel Solo gespielt. Jetzt spiele ich nicht mehr so viel Solo, aber für diejenigen unter euch, die gerne Solo spielen. Auch da sind ganz coole Sachen dabei. Ja, das heißt, wir gehen erstmal den normalen Spielaufbau durch und dann gehen wir im Anschluss, wie gesagt, durch die Zeitstämme könnt ihr direkt hinkommen, zu den Besonderheiten von Orléans. Das Schöne ist nämlich, ihr müsst nicht groß ein anderes Spiel lernen. Es gibt ein paar andere Aufbauregeln, es gibt neue Tableaus, die mit dazu kommen, ein paar neue Regeln, aber im Grunde genommen spielt ihr das gleiche Spiel. Das ist daher sehr schön und deshalb machen wir das in einem Abwasch, dass ihr halt das normale Orléans lernt und dann Orléans Invasion. So, eine Anmerkung hier noch zum Schluss, die ganz wichtig ist. Wenn ihr das Spiel jetzt normalerweise im Laden kauft, habt ihr hier dieses auch mit Holz in den verschiedenen Farben, aber die ganzen Gefolgschaften, Personen, die ihr erwerbt im Laufe des Spiels, sind alles Plättchen. Ich habe hier die, ich weiß gar nicht, wie das genau hieß, so eine Deluxe-Variante, habe ich damals in der Spiele-Offensive auch geholt. Und wenn ihr das Spiel toll findet, also die anderen kommen tatsächlich nur in so einen Pub-Token her, also das sind noch die Burger, die müssen wir gleich noch aufs Spiel bringen, aber im Grunde genommen würde ich euch empfehlen, wenn euch das Spiel gefällt, dann besorgt euch auch diese Holzfiguren. Das ist zwar ein ganz wildes Gestickere, denn die kommen mit einem großen Stickerbogen und ihr dürft dann die selber stickern, aber habt dich, macht das extrem viel mehr her in meinen Augen, sodass ich das nicht mehr missen möchte. Es gibt viele, die haben das noch nie mit diesen Holzsachen gespielt, die vermissen dann logischerweise auch nicht, so ist es ja häufig, aber das ist eine, ja, Deluxe-Erweiterung, die ich als sehr lohnenswert empfinde. So, die können wir eigentlich auch schon mal bereitlegen, die braucht man nämlich gleich für die kooperative Variante. Gut, legen wir also los mit dem Spielaufbau. Jeder Spieler hat ein Tableau in seiner Farbe, ich habe jetzt mal grün und rot, einfach nur aufgrund des Platzes, ihr seht hier schon wieder, ich bin ganz rausgesumt, es ist einiges an Material auch zu beachten und an Platz, was ihr benötigt, sodass ich das nur für zwei Leute zeige. Ich gehe aber nicht auf die Besonderheiten rein, die ihr habt, wenn ihr mit zwei oder drei Spielern spielt, da gibt es so ein paar Anpassungen, das steht aber ganz klar in den Regeln drin und in meinen Augen skaliert das auch sehr gut. Jeder Spieler erhält zu Startbeginn noch fünf Gold, ich habe hier die Papptoken-Goldmarker, das sind 1er, 5er, 10er und 20er, die habe ich da so lieblos drin, weil ich habe halt Münzen, nicht zu dem Spiel, sondern allgemeine Münzen, auch mit diesen Abständen und spiele das Spiel, wenn dann halt mit den Metallmünzen. Also fünf Gold erhält jeder Spieler, dann halt seine sieben Würfe in seiner Farbe, die zehn Häuser, sogenannte Kontore, die wir im Spiel benötigen werden und unsere Händlerfigur und das Tableau sehen wir hier an der Außenseite ist grün. Dann erhält jeder Spieler einen Beutel, dieser Beutel ist beim Spiel dabei, liebe Grüße an die alte Arkham Horror Kartenspiel Grundbox und dann hat jeder Spieler ein Gefolge und die kann man ganz gut unterscheiden von den anderen. Also zum Beispiel nehmen wir hier in weiß, das sind die Bauern. Es gibt diese allgemeinen Bauern im Vorrat, über die wir nachher auch reden werden. Und ich zoome jetzt mal schnell ran. Ja, ich denke, hier sieht man das schon ganz gut. Das ist jetzt vom grünen Spieler sein Bauer und hier ist vom roten Spieler sein Bauer und das Gleiche gibt es dann halt auch für Adlige und Handwerker und was es alles noch für Personen gibt. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Wichtig ist nur, dass jeder Spieler die vier in seiner Farbe hält. Das sind alles die gleichen. Die haben die Besonderheit, dass die euch nie verlassen können. Also die können nicht abgegeben werden auf Tableaus, wo man halt Figuren rausgeben kann. Gut, so mal wieder raus in die Totale. Ja, und die könnt ihr hier in der ersten Runde gleich unten reinlegen. Der Bauer kommt wieder zurück in den Vorrat. Ja, das so ordentlich hinzustellen. Da könnt ihr aber theoretisch die auch in Kisten packen und dann geht das auch recht schnell. Ihr legt den großen Spielplan aus. Der besteht aus diesen Fortschrittsleisten und hier dieser Karte der Umgebung von Orléans. Ihr legt die Technikplättchen dort oben bereit und dann macht ihr den Zeitstapel bereit. Also die Stundenglaskarten, die könnt ihr dadurch erkennen. Im kompetitiven Spiel sind das 18 Stück. 17 davon mischt ihr gut und legt sie dort oben drauf. Und ganz oben kommt einmal Wallfahrt. Das ist immer die erste Runde. Den legt ihr ganz oben drauf. Das heißt, das Spiel geht über 18 Runden insgesamt. Dann packt ihr eure farbigen Würfel immer auf das erste Feld in der Leiste. Das heißt, roter Würfel bei den Bauern, bei den Handwerkern. Immer die ganzen Personenleisten runter. Und den letzten Stein hier unten auf die Entwicklungsleiste. Das ist die, die hier ganz unten ist. Der grüne Spieler macht das auch. Je nachdem, mit wie vielen Spieler ihr spielt, muss jeder Spieler halt seine sieben Steine auf diese Felder legen. Ihr sortiert dann hier die ganzen Personenmarker nach dem jeweiligen Berufsstand. Die sind hier drunter auch nochmal hier vorne abgebildet, sodass er die dann auch gut findet. Mit dem Plättchen ist das natürlich nicht so ganz platzintensiv, wie das hier mit dem Holz ist. Dann macht ihr den Münzenvorrat bereit und dann müsst ihr die Bürger vorbereiten auf die für sie vorgesehenen Spots. Und das sind sowohl beim Kooperativen wie auch beim Kompetitiven vor allem erstmal die beiden. Und dann hier unten drei in die Leiste auf die vorgehobenen Spots. Und jetzt kommen noch die Besonderheiten für das kompetitive Spiel. Da gibt es nämlich einen für den, der am Ende auch sehr viele Kontore gebaut hat. Und dann habt ihr hier drüben das zweite kleine Board, Segenreiche Werke, welches es nur im kompetitiven Spiel gibt. Und dort legt ihr auch auf die vorgefertigten Felder die jeweiligen Bürgerplättchen, was es damit auf sich hat. Da gehen wir dann später drauf ein. So, am Ende müssen dann 14 Bürger ausliegen, die ihr übrig habt. Die braucht ihr jetzt für die kompetitive Variante nicht. Die braucht ihr halt in einem der anderen Spielmodi. Ihr nehmt die Orte der Stufe 1, der Stufe 2. Das sind teilweise noch mehr. Wenn man das Spiel gut kennt, kann man sich auch darauf einigen, ein paar rauszunehmen, weil man halt meint, die macht es zu einfach, was auch immer. Ich habe jetzt hier die, die es für das kooperative Spiel habe. Dort ist es nämlich so, dass ihr eine feste Anzahl an Orten habt. Und ich wollte jetzt nicht alles nochmal durchmischen, weil ich spiele es ja nur kooperativ. Aber 1 und 2, das sind die Stufen. Die kann man jederzeit sich angucken. Die müssen nicht gemischt werden. Einfach nur bereitlegen. So, jetzt kommt der anstrengende Teil. Nämlich in diesem großen Beutel sind die ganzen Waren. Wir haben hier Stroh, wir haben Käse, wir haben Wein, wir haben Stroh und Brokat. Und also Stoffe, würde ich mal sagen, sollen das am Ende sein. Zum Spielbeginn müssen die alle hier in diesem Beutel sein. Dann zieht ihr diese aus dem Beutel raus. Und ich zoome mal ein bisschen ran. Vielleicht seht ihr das dann besser. Wenn wir hier auf unsere Landkarte gucken, seht ihr diese Felder. Und da seht ihr auch, welche weggelassen werden bzw. nur belegt werden bei vier Spielern oder bei drei Spielern. Ich glaube für drei Spieler gibt es das auch, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und ihr legt die sozusagen, ihr zieht sie verdeckt und legt sie dann verdeckt dort auf. Wir belegen jetzt einfach mal alle Felder. Aber wie gesagt, beim Zwei-Personen- und Drei-Personen-Spiel würdet ihr halt die Vierer zum Beispiel nicht belegen. So, und die werden jetzt hier zufällig verteilt. Ja, da wisst ihr, was ich meine mit aufwändiger Aufbau. Aber es geht gleich noch weiter. Ich gehe mal wieder raus. Während ich das hier verteile, nehme ich, ihr verteilt die hier zufällig aus dem Beutel und dann packt ihr den Rest hier drüben in den allgemeinen Vorrat für die fünf Ressourcen. Ja, das heißt, am Ende muss der Beutel wieder leer sein. Das mache ich jetzt mal abseits der Kamera, denn da müsst ihr ja nicht die ganze Zeit mit dabei sein. Gut, der Beutel ist jetzt geleert. Also für euch, ich habe irgendwann aufgehört, wie gesagt, die restlichen Ressourcen. Der Beutel muss leer sein, müsst ihr hier platzieren. Ich war jetzt ein bisschen faul, habe nicht alles gemacht. Und hier müssen alle Felder bedeckt sein. Achtet aber, wie gesagt, auf die Spielerzahl. Die Ressourcen liegen offen aus. Jeder packt jetzt seinen Händler nach Orléans als Startpunkt. Also die werden dorthin gelegt, hingestellt. Ich lege sie hin, damit ihr sie von oben besser sehen könnt. So, bevor es jetzt losgehen kann, schaut ihr unbedingt noch mal in die Anleitung rein. Dort steht im Spiel zu dritt, Spiel zu zweit, welche Anpassung ihr noch machen müsst für die Spielerzahl. Das ist alles ganz klar gemacht. Da müssen ein paar Plättchen weggenommen werden. Der Vorrat an Leuten ist nicht ganz so groß. Aber er sagt, das brauchen wir jetzt für unser Beispiel nicht. Und dann sind wir so gut wie bereit fürs Spiel. Der jüngste Spieler erhält den Startspieler-Marker, symbolisiert hier durch dieses Wappen. Und dann kann es losgehen. Wie vorhin schon erwähnt, läuft das Spiel insgesamt über 18 Runden, welche insgesamt sieben Phasen immer haben. Und die erste Phase ist immer, dass die Stundenglaskarte aufgedeckt wird und auf dieses Feld gelegt wird. Sie wird aber noch nicht ausgeführt. Nämlich, jetzt guckt man drauf und hier heißt es, in dieser Runde dürfen keine Münche erworben werden. Es gibt manchmal bestimmte Ereignisse, die zu einem bestimmten Punkt kommen müssen. Die passieren dann aber erst in Phase Nummer 6. Jetzt kommt die Volkszählung. Man schaut, welcher Spieler ist hier auf dieser Bauernleiste am weitesten vorne. Also wer hat die meisten Bauern? Derjenige Spieler, der am weitesten rechts ist, nehmen wir mal an, unser roter Spieler wäre hier und der grüne Spieler wäre dort, würde jetzt eine Münze erhalten. Der Spieler, der auf dem letzten Platz ist, der würde eine Münze abgeben. Bei zwei Spielern ist aber die Besonderheit, dass der Zweitplatzierte keine Münze abgeben muss. Es kriegt nur der erste eine Münze. Wenn es mehrere Spieler gibt, die am weitesten rechts sind, beziehungsweise am weitesten links, dann gibt es keine Auszahlung. Also nur wenn es einen klaren Spitzenreiter und einen klaren letzten Platz gibt, werden die jeweils mit diesen Aspekten bedacht. Ja, das ist die sogenannte Volkszählung. Phase Nummer 2. Jetzt kommen wir in die Phase Nummer 3, nämlich jetzt werden unsere Gefolgsleute aus dem Beutel gezogen. In der ersten Runde könnt ihr euch das sparen, nämlich grundsätzlich dürft ihr zu Spiel beginnen, das wird euch hier auf der roten Leiste angezeigt, dürft ihr vier Leute immer aus dem Beutel ziehen. Wenn ihr hier in dieser Leiste, an der Ritterleiste voranschreitet, könnt ihr am Ende sogar maximal acht Leute rausziehen. In der ersten Runde haben wir das nicht. Das heißt, ihr braucht den Beutel in der ersten Runde noch nicht. Und jetzt könnt ihr diese Gefolgsleute halt rausziehen und packt sie hier in den Markt. Machen wir es einfach mal einmal symbolisch, damit ihr wisst, was damit gemeint ist. Also alle Gefolgsleute, die im Beutel sind und dann zieht ihr die raus. Überraschung, es sind genau die vier. Sonst, wenn ihr natürlich mehr drin habt, was später natürlich der Fall sein wird, dann dürft ihr nur so viele ziehen, wie halt euer Limit ist und legt sie unten in den Markt. Der Markt hat insgesamt acht Plätze. Sollten die Plätze schon belegt sein oder nicht acht frei sein, ihr dürft aber acht ziehen, dürft ihr nur maximal acht dort haben. Also guckt, dass ihr euren Markt immer wieder leer kriegt, indem ihr sie dann in Phase vier in der Planung einsetzt. So und jetzt können wir nämlich unsere Arbeiter auf dem Tableau einsetzen. Und das machen wir, und das ist jetzt dieser Worker Placement Ansatz, den dieses Spiel mit hat. Das machen wir, indem wir bestimmte Aktionen natürlich ausführen wollen. Wichtig ist, ihr müsst die Bedingungen einer Aktion nicht innerhalb eines Zuges erfüllen, sondern es reicht auch, wenn ihr die erstmal hinlegt, dann bleiben die halt liegen und gehen nicht wieder zurück in den Beutel. Das ist halt auch eine clevere Taktik, wenn man halt den einen oder anderen vielleicht mal loswerden will, ihn für eine Aktion irgendwo hinzulegen, einen der Arbeiter, wo man ihn gerade nicht benötigt. Was es für Aktionen gibt, da gehen wir gleich drauf ein. Nur jetzt erstmal Planungsphase, das ist eigentlich so die Hauptphase, die passiert simultan. Das heißt, gleichzeitig machen alle Spieler ihre Aktionen und das ist natürlich schön, da haben wir halt wenig Downtime. So, nachdem man jetzt die Arbeiter eingesetzt hat, machen wir das einfach mal exemplarisch, dass die jetzt hier so eingesetzt worden. Er hier drüben sagt sich, er will einen Ritter haben. So, nachdem die eingesetzt worden in der Planungsphase, kommt jetzt die Aktionsphase. Das heißt, die Aktionen, die wir hier haben, werden ausgeführt. Ich mache das nochmal schnell exemplarisch. Dieser Spieler entscheidet sich hierfür, sich einen Handwerker zu holen. Das heißt, er nimmt sich einen Handwerker aus dem Vorrat, solange welche verfügbar sind, kann er das machen. Er geht auf der Handwerksleiste um ein Feld nach vorne. Ups, nimmt sich hier ein Technikplättchen, das ist oben abgebildet, dass er das holen darf. Er darf dieses nur einsetzen, um einen Bauern zu ersetzen. Also legt er sich das hier drüben hin. Der bleibt liegen, weil die Aktion hat er ja nicht ausgeführt. Und die vier kämen dann, zack, in den Beutel. Der rote Spieler wäre natürlich als erstes dran. Es ist immer so, jeder macht eine Aktion, führt diese aus und dann ist der nächste Spieler dran. Genau, er würde jetzt einen Ritter bekommen, würde auf der Leiste nach vorne gehen. Was bedeutet, er darf nächste Runde dann zwei ziehen. Die Aktionen gehen so lange weiter. Also jeder macht immer eine Aktion, bis alle gepasst haben, was jetzt hier gleich beim zweiten Mal der Fall wäre, weil beide können in der sich keine Aktion mehr ausführen, denn sie haben nicht ausreichend Arbeiter dafür auf dem Tableau. Wichtig ist, diese Technikplättchen, die er eben gerade auch erworben hat, die bleiben liegen, die bleiben auch für den Rest des Spiels liegen, außer irgendeine Karte sagt das, dass das anders wäre. Die müsst ihr euch, da müsst ihr euch schlau entscheiden, welche ihr dort nehmen wollt. Beim allerersten Mal sagt dürft ihr aber nur den nehmen, um halt einen, für einen Bauer zu ersetzen. Also damit ist jetzt sozusagen immer dieser Punkt erfüllt. Aber gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt ist Phase 6, jetzt würden die Ereignisse ausgeführt werden, wenn denn dort spezielle Ereignisse wären. Und jetzt würde der Startspieler rüber zum grünen Spieler wechseln und die nächste Phase beginnt, indem man hier oben, zack, das Plättchen umdreht. Ja, simtes Konzept. Was diese ganzen Plättchen heißen, und ihr seht ja, der Großteil des Spiels ist sprachneutral, das müsst ihr dann immer in den Regeln nachgucken. Das ist das Problem gewissermaßen der Sprachneutralität. Ich habe das Spiel schon sehr häufig gespielt, aber gerade bei den Orten, die man noch so bauen kann, auf die wir gleich drauf eingehen, bin ich mir manchmal auch nicht so ganz sicher, was es ist. Also da muss man immer mal nachblättern. Das ist alles so auf ein, zwei Seiten zusammen komprimiert. Das ist alles okay, aber da müsst ihr halt bereit sein, für immer mal nachzuschlagen, wenn ihr euch das nicht auswendig merken könnt. Gut, das sind die sieben Phasen. Jetzt gucken wir uns die Aktionen an, jetzt gucken wir uns das Tableau genauer an, und dafür zoome ich auch nochmal ran. Ja, das Problem ist, so richtig stark ran zoomen können wir leider nicht, weil wir ja natürlich auch die ganze Seite hier drüben mit beachten müssen. Ich nehme das mal mit hoch, sodass wir das dann immer so ein bisschen, ja, simultan erklären. Wir nehmen den mal runter. Die erste Möglichkeit ist das Bauernhaus. Ja, wenn ihr hier einen blauen Arbeiter einsetzt und einen braunen, dann erhaltet ihr einen Bauern. Wenn ihr einen Bauern erhaltet, dann rückt ihr euren Marker, setzt ihr der rote Spieler um eins vor, und ihr erhaltet das, was drüber steht. Also zum einen kriegt ihr einen Bauern, solange noch welche im Vorrat sind, der kommt in eurem Beute, und dann erhaltet ihr noch ein Getreide in euren, hier oben hinpacken, allgemeinen Vorrat. Dann haben wir das Dorf. Im Dorf brauchen wir einen weißen Stein, einen blauen und einen braunen, und dann können wir uns aussuchen, ob wir entweder einen blauen, braunen oder schwarzen nehmen. Brauen haben wir eben schon gesehen. Wenn man einen Handwerker, also einen braunen nimmt, dann erhält man logischerweise auch einen Handwerker. Man geht auf der Leiste um ein Feld vor und würde noch ein Technikplättchen erhalten. Dieses Technikplättchen kann man dann hier auf dem Tableau oder auf seinen Ortskarten, zu denen wir gleich noch kommen, einsetzen. Allerdings, habe ich eben schon gesagt, es gibt ein paar Bedingungen, die ihr erfüllen müsst. Das allererste Technikplättchen, welches ihr erwerbt, kann nur einen Bauern ersetzen. Das heißt, ihr könnt es nicht hier als Adeligen oder was auch immer nehmen. Das ist eine der Bedingungen, die ihr hierbei mit berücksichtigen müsst. Ich lege das mal kurz ab. Da hat gerade meine Nase gejuckt. Es gibt noch die Mönche, zu denen kommen wir gleich noch. Das sind Joker. Also die können anstelle eines jeden anderen eingesetzt werden. Mönche, wenn die abgebildet sind, auf manchen der Ortskarten ist das der Fall. Oder hier drüben bei den segenreichen Werken. Die können nicht durch ein Technikrad ersetzt werden. Je Ort dürft ihr maximal ein Technikplättchen haben. Das habe ich letztens erst wieder falsch gespielt. Vergesse ich immer gerne wieder. Also ihr könnt nicht ein zweites Technikplättchen später erwerben und dann hier sowas machen. Was eigentlich ganz cool wäre. Aber das geht nicht. Und niemals an einem Ort, der nur ein Feld hat. Das haben wir jetzt hier auf unserem Dorftableau nicht. Aber es gibt halt Orte, wo nur eine Figur benötigt wird. Und ja, das dürft ihr dann auch nicht machen. Und wenn ihr sie einmal platziert habt, dann dürft ihr sie auch nicht wieder bewegen. So, das also zum Handwerker und zu den Technikplättchen. Wie geht es weiter? Wir haben dann hier die Händler. Bei denen ist es so, wenn ihr mit denen vorrückt, also wenn ihr euch auch hier mit der Dorfaktion dort vorbewegt habt, dann dürft ihr euch ein Gebäude der Stufe 1 aussuchen. Egal welches. Hauptsache unten rechts in der Ecke steht eine 1 oder halt auf der Rückseite. Ab dem zweiten Mal, wo ihr das macht, ihr haltet natürlich jedes Mal auch wieder, immer wieder auch die Figur der jeweiligen Farbe, dürft ihr eine 1 oder eine 2 aussuchen. Wenn ihr den blauen nehmt, dann erhaltet ihr 2 Gold aus dem Vorrat. Und packt sie zu eurem mit dazu. Und erhaltet hier noch mit einem blauen Marker, also einem blauen Stein. Und der erste, der hier auf das letzte Feld kommt, der generiert ein Bürgerplättchen. Bürgerplättchen, was es mit denen auf sich hat, da komme ich noch zu. Über die Ritter haben wir eigentlich schon gesprochen. Wenn man hier vorrückt, kriegt man neben einem Ritter auch die Möglichkeit, im späteren Verlauf mehr Personen aus dem Beutel ziehen zu können. Wer als erstes auf diesen Spot kommt, erhält das Bürgerplättchen. Und dann haben wir unten die Gelehrten. Man erhält, wenn man hier vorrückt, einen Gelehrten. Und man geht hier unten auf der Fortschrittsleiste weiter. Und zwar um die Anzahl der Bücher, die hier gezeigt werden. Das heißt, beim ersten Mal um zwei Felder. Wer hier an diesen das erste Mal vorbeikommt, erhält sie. Also ich denke, das ist ziemlich logisch. Hier gibt es diese Entwicklungsstufenpunkte. Die sind nur wichtig später für die Siegpunkteberechnung. Und wie wir hier zum Beispiel haben, Einnahmen. Man erhält also so viel Einnahmen, wie halt hier die Marken mit angeben. Und das heißt, das ist eher für so eine Berechnung von Bedeutung. Diese einzelnen Punkte, die halt die Entwicklungsstufe angeben. Genau. Also die Gelehrten erhalten wir über die Universität. Über die Burg erhalten wir die Ritter. Im Kloster erhalten wir hier die Mönche. Die sind jetzt hier ganz oben gelandet. Da kriegt man nichts dazu. Die Mönche sind so schon stark genug, weil sie halt als Joker fungieren, so dass ihr da keine weiteren Belohnungen bekommt. So, dann haben wir hier oben diese Dreierleiste, die euch die Möglichkeit gibt, hier auf dem Spieltablo euch zu bewegen. Wollt ihr eine Wasserstraße benutzen, die logischerweise blau dargestellt werden, dann müsst ihr diese Bedingungen erfüllen. Also weiß, blau und rot. Und könnt euch dann entlang einer Wasserlinie von einem Ort zum nächsten Ort bewegen. Befindet sich dazwischen eine Ressource, dann dürft ihr eine nehmen. Nehmen wir mal an, wir werden diese Strecke hier gefahren. Hier liegt zweimal Käse. Dann dürfte der rote Spieler einmal Käse in seinen Vorrat legen. Das gleiche bei den Straßenbewegungen. Ja, da geht er dann halt einfach über die Straßenstrecken. Wenn ihr Gildenhäuser bauen wollt, dann müsst ihr diese Kombination aufgeben. Und ihr könnt dann hier, oh, ist ja der rote Spieler, natürlich, ein Gildenhaus platzieren. Wichtig ist im kompetitiven Spiel, oder eigentlich im kooperativen auch, in jeder Stadt darf maximal ein Gildenhaus stehen. Die einzige Ausnahme ist Orléans. Dort dürfen mehrere Gildenhäuser stehen, nämlich eins je Spielerfarbe. Also jeder Spieler kann in Orléans ein Kontor errichten. In den anderen Städten der, der als erstes eins baut. Und wenn das nicht mehr irgendwie aus dem Spiel kommen sollte, war als erster da. Und dann könnt ihr nichts mehr dagegen machen. Ja, dann gibt es noch das Gebäudeskriptorium. Im Skriptorium ist es so, dass ihr einfach einen Punkt erhaltet hier unten für die Entwicklungsleiste. Ja, und dann haben wir noch das Rathaus. Hier seht ihr auch, das sind die typischen Symbole dafür, wenn ein beliebiger abgegeben werden kann. Dort könnt ihr irgendeinen reinstellen. Und diese gehen dann in das Rathaus. So, und das Rathaus ist hier das sogenannte Tableau Segenreiche Werke. Dieses hier, was eigentlich auch ziemlich selbsterklärend ist. Ihr könnt halt über die Aktionen über euer Tableau ein bis zwei Personen entsenden und könnt die dann hier in die jeweiligen Bereiche reinstellen. Dabei erhaltet ihr oben immer den Bonus, der oben drüber angezeigt wird. Das heißt, wenn wir bei der Papstwahl hier einen Mönch reinlegen oder einen Ritter, erhalten wir jeweils drei Gold. Wenn ihr derjenige Spieler seid, der eine dieser Leisten voll macht, zeigen wir es jetzt einfach mal exemplarisch. Die beiden, die Reihenfolge ist egal, lagen schon. Und der rote Spieler legt jetzt den. Dann erhält der letzte neben den drei Gold, zack, auch noch das Bürgerplättchen. Eigentlich ziemlich selbstredend. Wichtig ist hier, anders als auf eurem Tableau können Mönche nicht einfach irgendwelche anderen Figuren ersetzen. Technikplättchen könnt ihr logischerweise auch nicht einsetzen. Das ist auch klar. Dann dürft ihr nicht eure Startfiguren nehmen, die unten eure Farbe hatten. Hier, wie ihn ja beim grünen Spieler. Die dürft ihr nicht entsetzen. Und wichtig ist auch, die ihr einmal hier hingeschickt habt, kriegt ihr nicht wieder. Die gehen nicht wieder zurück in den Vorrat. Also überlegt euch das gut, wenn ihr das machen wollt. So, und damit kennt ihr jetzt eigentlich alle Regeln für das kompetitive Spiel. Jetzt müssen wir nur noch kurz über das Spielende reden. Im Spielende ist es so, also 18. Runde, alles wird abgehandelt, die sieben Phasen. Und dann am Ende zählt ihr die Siegpunkte zusammen. Aber dazu gibt es hier oben noch mal eine schöne Übersicht. Zunächst guckt ihr aber, wer hat die meisten Kontore gebaut. In unserem nicht repräsentativen Beispiel hat der rote Spieler mehr Kontore als andere. Und dieser erhält dieses letzte Burgerplättchen, welches sich hier oben auf dem Spielplan befunden hat. Dann guckt ihr, jede Münze ist ein, also jede Münze von 1, 15, dann 50 Punkte, das ist jeweils ein Siegpunkt wert. Dann guckt ihr die Ressourcen durch. Das geht von Getreide 1 bis hoch zu den Stoffen mit 50 Punkten jeweils. Und dann zählt ihr alle Kontore, die ihr habt, plus alle Bürgerplättchen, mal der Entwicklungsstufe, auf der ihr seid. Und das sind auch noch mal die Siegpunkte. Und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Sollte es gleich dann geben, dann gewinnt derjenige, der hier unten auf der Entwicklungsleiste weiter vorne ist. Kommt nicht so häufig vor. Wenn auch das der Fall sein sollte, dann teilt ihr euch den ersten Platz. Und da muss ich auch sagen, wohlverdient haben dann beide gewonnen. Ihr seht ja, da kann einiges zusammengerechnet werden. Ein Getreide mehr als der andere zu haben. Ein Siegpunkt, eine Münze mehr zu haben, reicht schon aus. Also in der Zeit, wo ich das auch kompetitiv gespielt habe, kam das bei uns eigentlich nicht vor, dass man wirklich einen Gleichstand hatte. Gut, das sind die Regeln für Orléans in der kompetitiven Variante. Wir gehen jetzt rüber in die kooperative Variante. Ich passe mal kurz noch den Spielaufbau etwas an, setze alles so ein bisschen zurück. Die Aktionen kennen wir jetzt alle. Ich gehe jetzt nur noch auf die Unterschiede ein, die ihr in der kooperativen Variante im Vergleich zum kompetitiven habt. Gut, ich habe schnell umgebaut. Ihr seht, es ist noch voller geworden. Wir gucken uns das gleich alles im Detail an. Wichtig ist erstmal, ihr braucht zwei neue Tableaus, den Rat von Orléans und die ganzen Siegbedingungen. Gehen wir gleich drauf ein. Die legt ihr erstmal zur Seite bereit. Dann, ich zoome mal ran, müsst ihr neue Zeitplätzchen euch raussuchen. So, gucken wir uns mal an. Nämlich, die haben hier oben Buchstaben A, B und C. C kommt immer noch unten. Können wir hier schon mal so hinlegen. Dann kommt B, dann zuletzt A. Da müsst ihr jetzt bei der Spielerzahl gucken. Da gibt es eine bestimmte Vorgabe. Wenn ihr jetzt vier Spieler habt, ist es so, ihr habt die ja sorgfältig gemischt, dass sieben mal B auf C draufkommt und dann acht mal A. Das heißt, wenn ihr mitgezählt habt, wenn ihr zu vierter Spiel spielt oder dann halt sogar zu fünf, dann habt ihr nur noch 16 Runden und keine 18. Und packt das dann oben mit hin. Die können raus. Was jetzt auch neu ist, zeige ich euch auch gleich mal, wo wir hier im Zoom sind, sind Charakterkarten. Das sind eure persönlichen Aufträge. Die müsst ihr erfüllen. Die sind unterschiedlich schwer. Der Fischer ist verhältnismäßig einfach. Der General auch. Richtig knackig, haben wir letztens erst gemerkt, ist der Gutsverwalter. Wenn jemand den Ratsherr spielen sollte, also den zufällig zieht oder ihr euch die Rollen aussucht, dann erhält dieser auch noch ein eigenes Tableau. Also nur damit ihr die Karten mal gesehen habt, gibt es halt wie alle anderen Sachen auch auf Deutsch und auf Englisch hier in dieser Box. Gut, dann denke ich, können wir auch erstmal wieder rauszoomen. Der Spielaufbau läuft eigentlich ziemlich identisch. Ihr könnt eine Hausregel von mir, um es ein bisschen schwerer zu machen, auf die fünf Startgold verzichten, wenn ihr wollt. Das macht es schon nochmal deutlich knackiger. Ich habe das irgendwann mal falsch so gelernt und warum auch immer. Und habe das so beibehalten und funktioniert eigentlich ganz gut. Aber macht es nochmal deutlich schwerer. Also am Anfang gebt euch die fünf Gold, wie ihr es auch aus dem kompetitiven Spiel kennt. Gut, unseren Zeitstapel haben wir vorbereitet. Jetzt müssen die Bürger auf ihre Plätze. Hier haben wir fünf Stück drüben auf dem Rad von Orléans, und die wir im Spiel erwerben können. Dann gibt es einen, den wir nicht mehr hier oben hinlegen, sondern nach Leblanc. Dieses Blättchen dort oben mit den Kontoren bleibt frei. Und dann platzieren wir noch einen bei den Bauern auf den letzten Platz, den man dort jetzt erhalten kann. Und wenn der Stapel mit Getreide, der mit Käse oder der mit Wein alle gehen sollte, dann können wir über die auch noch einen Bürger generieren. Unsere Karte müssen wir auch noch anpassen, nämlich Orléans wird angegriffen. Das ist die Geschichte hinter Invasions. Und wir müssen jetzt in den äußeren Städten, das sind die, die alle hier so eine Straße nach außen haben, diese Plättchen hinlegen. Die bedeuten ganz einfach, dass wir im Laufe des Spiels dort Wachtürme errichten müssten. Die Wachtürme sind unsere Kontore. Es ist die gleiche Aktion, wie Kontore errichten. Das ist eine der Bedingungen, um das Spiel zu gewinnen und um das anzuzeigen, wo das alles sein muss, legt man zu Spielbeginn auf diese Orte diese Plättchen. Jetzt müssen wir unsere Charaktere und verteilen diese zufällig. Hier haben wir den Bürgermeister und hier drüben den Wirt. Wie gesagt, könnt ihr auch gerade in der ersten Partie wahrscheinlich auch ratsam zu sagen, wir nehmen ganz bestimmte. Dann erhaltet ihr ein zusätzliches Tableau mit Zusatzaktionen. Gucken wir uns gleich an. Die dann halt das Spiel nochmal kooperativer vor allem natürlich machen. So, die Plättchen hier werden rüber geschoben, sodass ihr das hier auch zu Spielbeginn habt. Das gibt es auch in der jeweiligen Spielerfarbe. Die segenreichen Werke dieser Nebenspielplan, der ist logischerweise raus. Und dann seid ihr bereit. Was ist euer Spielziel? Ihr müsst am Ende der letzten Runde, also in der letzten Phase von Runde 16, müsst ihr die gesamten Siegbedingungen, die wir hier auf diesem Tableau sehen, erfüllt haben. Gucken wir uns die mal ganz kurz an. Und zwar fangen wir oben mal an. Je nach Spielerzahl müsst ihr eine bestimmte Anzahl an Rittern abgeben, um die Stadtmauern zu besetzen. Das heißt, bei 5 Spielern müssen dort 13 Ritter abgegeben werden. Ihr müsst auch, abhängig von der Spielerzahl, eine bestimmte Anzahl an Bürgern generieren. Ihr seht auch, mit mehr Spielern mehr Bürger. Ihr müsst jeweils 10 Münzen abgeben. Zu 2 30 Münzen, zu 4 und 5 sogar 50 Münzen. Ihr müsst den Vorratsspeicher füllen. Diesen Bereiche für 2, den für 3, den 4, 5. Das heißt, zu 5 müsst ihr alles füllen. Dann müsst ihr die 13 Werttürme hier außen bauen, was ich euch schon gesagt habe. Und jeder muss sein persönliches Ziel erfüllt haben. Dann habt ihr das Spiel gewonnen. Ihr seht, es gibt einiges zu tun, was ihr hier mit berücksichtigen müsst. Die Bürger könnt ihr hier über das Spielfeld generieren oder natürlich auch über den Rat von Orléans. Der funktioniert ganz ähnlich wie segenreiche Werke. Ihr füllt die hier auf, könnt die über eure Rathausaktion auf eurem Tableau dorthin schicken. Ihr könnt Waren hinschicken, wie er das macht, zeige ich euch gleich. Hier müssen zum Beispiel 5 Bauern abgegeben werden und dann geht dieser Bürger in den Vorrat. Dabei ist egal, wer das am Ende macht. Die Bürger sind hier eine Gruppenressource, die ihr komplett einsetzen könnt. Und hier unten müsst ihr zum Beispiel 5 mal Technikplättchen einsetzen. Ah genau, im Spielaufbau eine wichtige Sache natürlich war noch, ihr müsst gucken, das werde ich euch jetzt eingeblendet haben, weil ich es vergessen habe, hier nochmal zu erwähnen. Es sind nur bestimmte Gebäude erlaubt. Da guckt ihr in die Regeln rein. Die sind dort ganz klar definiert, also welche Stufe 1 Gebäude und welche Stufe 2 Gebäude erlaubt sind. Jetzt nur noch ganz kurz auf die Sonderaktionen, die wir hier auf unserer Tafel haben. Man kann 1 bis 3 Ressourcen entweder an einen Mitspieler schicken oder an das Rad von Orléans Tablo oder auf das Stadtverteidigungstablo. Ihr müsst euch entscheiden. Wenn ihr sagt, ihr schickt es an die Stadt, dann könnt ihr aufteilen zwischen Kleiderkammer und dort drüben Vorratsspeicher. Dafür braucht ihr einen weißen und einen braunen Arbeiter. Dann könnt ihr 1 bis 4 Gold auch an einen anderen Mitspieler schicken oder an eines der Tableaus. Gleiches Konzept. Die Herberge ist ganz interessant. Ihr könnt eine beliebige Person von einem Mitspieler, der diesen auf seinem Markt noch liegen hat, also hier unten in der Auslage, den könnt ihr nutzen. Und die Falz ist auch sehr spannend. Ihr nutzt eine aktivierte Aktion, das heißt einen Mitspieler. Nehmen wir mal an, der rote, dessen Tableau das ja auch ist, hier kann man ja beliebige hinstellen, legt diese beiden hier hin. Und der Spieler hat hier diese Aktion erfüllt. Dann kann er, wenn er die Falz benutzt hat und natürlich mit der Zustimmung des grünen Spielers, diese Aktion nutzen. Wichtig ist, der Grüne kann es nicht nutzen. Der Grüne muss es bezahlen. Das heißt, die kommen in den Beutel rein. Ja, und er könnte die Aktion nutzen, ist gerade gegen Ende des Spiels ganz, ganz wichtig, dass man das machen kann. Ja, und ihr seht, im Grunde genommen spielt sich das Spiel exakt genauso. Ihr habt die gleiche Mechanik. Ja, also wenn ihr jetzt diese Wehrtürme bauen wollt, dann müsst ihr hier halt über das Gildenhaus gehen. Die Gebäude, die Diskussion darüber, wer macht wann, was. Ihr zieht auf den Leisten vor. Hier auch nochmal eine Anmerkung. Ich denke, ich werde das nochmal schriftlich mit reinpacken, weil das eine Frage ist, die öfter mal kommt. Wenn man hier, das ist bei den Gebäuden zum Beispiel ein wichtiger Punkt, hingekommen ist zur letzten Stufe, dann hat man ja fünf Gebäude bisher sich aussuchen können. Jetzt, der liegt nicht dort, sondern einer der Steine liegt dann dort. Jetzt dürftet ihr auch wirklich keine Gebäude, keine weiteren Gebäude mehr kaufen. Also ihr könnt nicht mehr diese Aktion ausführen. Das heißt, wenn ihr im Dorf dann eure Kombination hingelegt habt, dann könnt ihr in dem Fall nur noch blau oder braun nehmen. Ja, also das müsst ihr noch im Hinterkopf mit behalten. Aber ich denke, das ist auch ziemlich selbstreden. Genauso halt wie, wenn der Vorrat alle ist. Die Plättchen hier drüben über die Ressourcen erhaltet ihr dann, wenn Getreide, Käse oder Wein halt alle ist. Denkt dran, ich habe hier nicht alle hingelegt, weil ich zuvor war, den ganzen Beutel zu lernen. Normalerweise liegen dort wirklich große Stapel. Und da sind dann vor allem bestimmte Orte ganz interessant. Die Orte haben wir uns vorhin gar nicht angeguckt. Hier zum Beispiel die Winzerei. Bei der Winzerei könnte man den Bauern, den Händler einsetzen und würde dann Wein aus dem Vorrat erhalten. Natürlich auch nur so lange, wie es dort Wein gibt. Gut, das waren alle Regeln von Orléans Invasions. Wir gehen jetzt auf die Stärken und Schwächen ein. Da bleibe ich aber beim kooperativen Spiel. Bis gleich. Eine große Stärke ist ganz klar der Aspekt, dass wir hier keine Downtime haben. Denn wir spielen ja mehr oder minder alles gleichzeitig. Also die Phasen sind gleichzeitig. Wir machen unsere Aktionen. Das Auswerten dauert dann halt immer ein bisschen. Dann geht man die Reihe rum, wer jetzt was halt macht. Aber ja, so gut wie keine Downtime. Es geht sehr flüssig voran. Wir haben ein Spiel mit einer einzigartigen Kooperation in Verknüpfung von Worker Placement, dieses Backbuilding und auf der anderen Seite noch dieses Action Selection. Und das in einem kooperativen Spiel. Also wir haben ein kooperatives Eurogame, was leider immer noch auf dem Markt Seltenheitswert hat. Mit der Art und Weise, wie Orléans Invasions funktioniert, in meinen Augen auch wirklich einzigartig ist. Vor allem auch diese schöne Progression in diesem Spiel. Es geht stetig voran. Man wird immer besser. Man baut sich was auf, baut sich halt diese Engine auf an Arbeitern. Muss aber auch taktisch vorgehen und überlegen, wann werde ich welche Arbeiter wieder los, weil ich die später nicht mehr brauche. Vor allem so die Bauern und so, weil ich die für meine Spezialaktionen nicht benötige. Welche Gebäude kaufe ich? Es gibt einige taktische Entscheidungen, die man hier im Spiel treffen muss. Sowohl kompetitiv wie halt auch kooperativ. Stark finde ich auch die ganz klaren Regeln. Das Regelheft ist klar, einfach strukturiert, wird alles eigentlich sehr deutlich erläutert. Bleiben eigentlich keine Fragen offen. Und das korrespondiert sehr schön auch mit dem Superspielmaterial. Vor allem auch, wenn man diese Deluxe-Variante hat. Aber es funktioniert auch absolut mit den Plättchen. Das müsst ihr dann entscheiden. Wenn euch das Spiel gefällt, würde ich euch immer empfehlen. Weil sie einfach auch viel befriedigender anfühlt mit diesen Holzfiguren, wenn man die aus dem Beutel rauszieht im Vergleich zu den Plättchen. Geht auch viel schneller und ist händiger. Insgesamt ist es ein Spiel unter dem Motto, easy to learn, but hard to master. Und das gefällt mir an dem Spiel auch sehr gut. Meine Erfahrungen mit dem Spiel sind bisher eigentlich, meistens wenn man mit einer neuen Gruppe spielt, verliert man beim ersten Mal. Manchmal sogar relativ deutlich. Aber der Lernprozess in diesem Spiel, wenn man weiß, was man macht, was wichtig ist im Spiel, das muss man meistens erstmal in der Lernpartie und dann richtig loslegen. Muss man halt erstmal lernen. Dann ist es eigentlich so, dass man entweder mit dem letzten Zug gewinnt oder am meisten noch ein Zug fehlt. Und spannend ist dabei auch, manchmal denkt man, es sind ja 16 Runden, so in Runde 13 oder sagen wir mal in Runde 10. Wir haben eigentlich gar keine Chance, wir können das gar nicht mehr schaffen. Und hinten raus schafft man es manchmal noch ganz knapp oder es reicht ja ganz knapp nicht, weil es hinten raus halt sehr schön eskaliert, weil man halt seine Engine aufbaut. Und ja, also das ist wirklich stark und das mag ich sehr an dem Spiel und deshalb spiele ich es immer wieder gerne. Nichtsdestotrotz hat Allian auch Probleme bzw. Schwächen ist vielleicht das bessere Wort. Auf der einen Seite habe ich euch schon im Video gesagt, es ist die Aufbauzeit. Das Spiel braucht schon wirklich seine Zeit, alles vernünftig vorzubereiten. Wenn man es einmal aufbereitet hat und alles steht, dann kann man es auch relativ schnell wieder resetten. Wenn alle schön mithelfen, fünf Minuten oder so ist das dann auch gemacht. Aber es ist schon immer ganz schöne Arbeit, vor allem diese Verteilung von den Ressourcen. Erst in den Beutel, dann verteilen, blind, dann wieder alles raus und dann dort auf die Ressourcenkaufstapel. Nachteil ist auch, es ist zwar schön, dass das Ganze sprachneutral ist, allerdings ist die Ikonografie an manchen Stellen in meinen Augen nicht ganz so klar. Ihr könnt alles nachschlagen im Heft, das ist wieder super. Im Regelheft findet ihr zu jedem Ort, den ihr noch kaufen könnt oder zu den ganzen Plättchen, die drin sind, findet ihr eine Erklärung. Aber das müsst ihr mir klarkommen, dass man da immer wieder nachblättern muss. Ich habe das Spiel so häufig gespielt, ich kenne trotzdem nicht alle Plättchen. Ja, da muss man natürlich sagen, der Wiederspielreiz ist natürlich in einer gewissen Weise auch eingeschränkt. Ganz einfach aus dem Grund heraus. Wir haben nur dieses eine Szenario der Verteidigung von Orléans. Wir haben keine verschiedenen Tableaus, die irgendwie wechseln würden. Wir haben keine Story oder was auch immer. Das gilt jetzt natürlich speziell für das kooperative Spiel. Im Solospiel gibt es verschiedene Szenarien, die man auch mal spielen kann. Aber kooperativ gibt es nur diesen einen Modus. Finde ich vollkommen in Ordnung. Denn gerade mit dem Regelwerk bringt man es doch immer wieder schnell mal auf den Tisch. Und dann lässt man es halt mal ein halbes Jahr, Jahr liegen. Aber dann habe ich wieder Lust drauf, es zu spielen. Und das bleibt für mich eine große Stärke des Spiels. Eine Sache, die euch wichtig oder für euch wichtig ist noch bei der Einschätzung, ob das ein Spiel für euch ist, ist noch der Aspekt der Kooperation. In diesem Spiel findet recht wenig Interaktion, Kooperation zwischen den Spielern statt. Man muss sich darauf verlassen können, dass die Spieler in Bezug auf das Gesamtspielziel, aber vor allem auf das persönliche Spielziel, schon das machen, was für sie sinnvoll ist und was für sie wichtig ist. Jeder guckt mehr oder minder auf sein Tableau, macht seine Aktionen. Und erst später im Spiel, wenn es dann darum geht, dass vielleicht bestimmte Arbeiter oder der Vorrat bestimmter Arbeiter zur Neige geht, Kaufleute und was auch immer, was man dort haben möchte, dass man sich dann abspricht, okay, wer kriegt die letzten? Wer kriegt bestimmte Gebäude? Wer braucht die für bestimmte Ziele? Aber im Grunde genommen läuft das Ganze eigentlich so, jeder spielt vor sich hin für das Spielziel. Und in den letzten Runden interagiert man noch viel mehr, weil wer kümmert sich darum? Darum, wir brauchen noch mehr Geld, wir brauchen das. Also selber mit Handeln, ja, gibt es zwar die Option, jemand anderes was zu schicken, aber in der Regel nutzt man die Aktion eigentlich eher, als etwas dann halt an die Stadt zu schicken. Dieser Aspekt der Interaktion und Kooperation zwischen den Spielern ist hier bei dem Spiel auf jeden Fall eingeschränkt. Und damit muss man klarkommen, dass man hier viel alleine für sich spielt, was ja bei Eurogames nicht ganz so unüblich ist, aber natürlich in einem kooperativen Spiel ein bisschen ungewohnt anmutet. Ich finde das für mich vollkommen okay, bin da fein mit, wie man so sagt. Aber ich weiß, und auch aus den Gesprächen mit anderen Spielern, mit denen ich das Spiel gespielt habe, denen ich das gezeigt habe, dass sie gesagt haben, nee, das ist uns zu wenig Interaktion untereinander. Und das kann ich gut verstehen, das muss euch bewusst sein. Ich denke, das sieht man aber auch, wenn man sich so die Regeln in Summe anguckt. Ja, das waren meine Gedanken zur All-Leon-Invasions. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen nahe bringen, konnte euch die Regeln erklären und konnte euch vielleicht auch hoffentlich verständlich machen, warum es für mich ein Spiel ist, was auch sehr früh jetzt schon in meiner persönlichen Hall of Fame ist. Wenn ihr die Hall of Fame-Videos noch nicht gesehen habt, zum Zeitpunkt, wo dieses Video online geht, gibt es zwei Stück dazu. Insgesamt acht Spiele habe ich dort reingepackt. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie die Top-Listen bei vielen anderen Kanälen. Ich habe nur so ein bisschen dieses Problem mit diesen Top-Listen, weil sie sind halt sehr vergänglich. Und diese Hall of Fame-Spiele, die immer einen besonderen Status bei mir haben werden und warum und so ein bisschen die Geschichten dazu. Für mich persönlich, warum diese Spiele für mich so wichtig sind, dass sie in dieser Liste auftauchen. Das habe ich in den beiden Videos thematisiert und da werden immer nach und nach weitere Videos dazukommen mit neuen Spielen, die in diese Hall of Fame kommen. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.